Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Kuschela und heute geht es darum, wie ihr das Origins Easter Egg auf Black Ops 3 lösen könnt. Im Prinzip ist es genau der gleiche Ablauf wie auf Black Ops 2, aber ich erzähle euch jetzt alles im Video nochmal ganz genau, damit ihr das auch daheim nachmachen könnt. Der erste Schritt für das Easter Egg ist, holt euch alle Stäbe und upgradet die. Also alle vier Elementarstäbe holen und die verbessern. Ich werde es jetzt in dem Video nicht noch einmal zeigen, wie man die alle upgradet, also verbessert. Dafür gibt es separate Videos, die seht ihr auch in der Beschreibung. Auf jeden Fall ist das der allererste Schritt und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr bereits weitermachen. Wenn ihr alle vier Stäbe einmal gemacht habt und upgradet habt, müsst ihr diese Stäbe in den Roboter einsetzen. Also nicht nur in einen, sondern in alle drei Roboter, die über die Karte laufen. Es ist ganz wichtig, dass ihr die richtigen Stäbe in die richtigen Roboter einsetzt. Den Eisstab müsst ihr in den Roboter einsetzen, der oben bei der Kirche ist. Wie ihr in den Roboter kommt, das wisst ihr ja bestimmt, einfach schauen, welcher Fuß von denen dieses leuchtende Teil am Boden hat. Dann darunter stehen und aufschießen und dann seid ihr automatisch drin. Vorsicht, wenn ihr nicht aufschießt, werdet ihr sterben. Also wie gesagt, der Eisstab gehört in den Roboter bei der Kirche eingesetzt. Der Windstab gehört in den Roboter in der Mitte, der um Packer Punch oder Jug rumläuft eingesetzt. Oder Stamina. Und der Blitzstab gehört in den Roboter eingesetzt, der bei Speedcaller oder bei der Tankstation läuft. Ja und den Feuerstab, den müsst ihr dann unten bei Packer Punch, bei den Statuen einsetzen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr mit dem Schritt fertig und ihr könnt danach die Stäbe wieder unten bei Packer Punch abholen. Als nächstes braucht ihr den Handschuh. Um diesen Punch-Handschuh zu bekommen, gibt es auf der Karte vier verschiedene Kisten. Das sind Seelenkisten, die müsst ihr füllen. Eine gibt es bei Packer Punch. Eine Kiste gibt es hinten bei Juggerknock in der Ecke. Eine andere Kiste ist bei Stamina. Und die letzte ist vor der Kirche, wenn ihr gerade diesen Weg zur Kirche öffnet. Killt mehrere Zombies. Ihr seht dann, wenn ihr neben der Kiste seid oder in der Area von der Kiste, dass wenn ihr die tötet, dass die Seelen auf die Kiste zufliegen. Macht das so lange, bis die Kiste zuschlägt und verschwindet. Ihr müsst alle vier machen, damit ihr dann diesen Handschuh bekommt. Ganz wichtig ist, macht das, bevor einer der großen Roboter durch die Map läuft und euch die Kiste wieder zuschlägt. Denn wenn ihr mit der Kiste noch nicht fertig seid, aber einer dieser großen Roboter auf eben dieser Stelle drauf tritt, wo ihr gerade mit der Kiste zugange seid, dann müsst ihr das Ganze von neuem machen. Also die eine Kiste müsst ihr dann von neuem machen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, geht einfach an eine der Belohnungskisten, zum Beispiel oben bei Generator 6 und holt euch dort euren Handschuh aus der Kiste. Ja, im nächsten Schritt müsst ihr dann den Stein von der Tankstation auffüllen. Also am Anfang, wenn ihr aus Bonn rausgeht, könnt ihr zur Tankstation gehen und da gibt es auf dem Tisch so einen Stein. Den nehmt ihr auf. Den nehmt ihr dann mit und wenn ihr zur Kirche nach oben geht, ist dort so ein Gefäß mit heiligem Wasser. Dort müsst ihr den Stein einsetzen. Weil ihr ja diesen Handschuh jetzt habt, müsst ihr dort Zombies knifen, also mit diesen Handschuh boxen. Und zwar müsst ihr das so lange machen, bis dieser Stein aufgefüllt ist. Ihr seht wieder, dass Seelen von den Zombies in diese Steine gehen. Sobald ihr fertig seid, könnt ihr den Stein wieder aufnehmen. Nun ist es ganz wichtig, dass ihr auf euren Stein schaut, denn ihr müsst ihn nun auf den Tisch zurückbringen, wo ihr ihn herhabt. Ganz wichtig ist aber, dass ihr dabei nicht in den Schlamm gerät. Also ihr dürft nicht auf den Weg dorthin in den Schlamm steigen. Wenn ihr das macht, ist es so, dass der Stein dreckig wird und Samantha ist sauer auf euch. Dann müsst ihr wieder zurückgehen und ihn nochmal in das Becken einsetzen, um ihn dann wieder reinzuwaschen. Dann könnt ihr einfach das Ganze nochmal wiederholen. Also es ist kein Problem, wenn ihr das öfters fällt. Es ist egal, in welcher Runde ihr seid. Ihr müsst ja jetzt nicht eine neue Runde machen. Einfach zurückgehen, den Stein waschen und nochmal den Weg entlang gehen. Wenn ihr am Ende zurück an der Tankstation seid und den Stein dort wieder abgebt, und zwar sauber, dann müsst ihr dort an dem Tisch noch einmal Zombies mit dem Handschuh punchen. Und zwar wieder so lange, bis es aufhört, die Seelen einzufangen. Und dann bekommt ihr euren Airstrike. Das sind so Luftangriffsfackeln. Die werft ihr und dann wird ein Luftangriff genau auf diese Stelle halt befohlen. Und dann kommen da Raketen runter vom Himmel und so weiter. Also nehmt die auf jeden Fall auf und dann seid ihr auch schon mit dem Schritt fertig. Als nächstes müsst ihr die Maxis Drohne bauen. Die Maxis Drohne hat drei verschiedene Teile. Das erste Teil, das ist das Gehirn. Das findet ihr immer am Anfang im Spawnrahmen auf dem Tisch. Als nächstes braucht ihr einmal das Rad. Das Rad ist im Bereich von Pack-up-Punch oder Grabungsstätte. Entweder liegt es oben hier neben der Kaugummi-Maschine. Oder wenn ihr einmal nach unten geht, dort wo ihr auch das Grammophon aufgenommen habt, rechts daneben. Oder es ist ganz unten, fast ganz unten, wo man die Stäbe zusammenbaut. Kurz darüber so eine kleine Holzplanke. Dort müsst ihr hinüber gehen, einmal runterhüpfen und dann kann es auf einer Box liegen. Und als letztes braucht ihr noch den Rahmen für die Maxis Drohne. Der Rahmen kann einmal, wenn ihr von der Kirche aus Richtung Jug geht, neben diesem Schild mit dem Totenkopf sein. Wenn es hier nicht ist, geht auf der anderen Seite raus. Dort ist auch wieder ein Schild mit dem Totenkopf. Dann kann es dort sein. Und wenn es da nicht ist, geht ihr einmal in den Eistunnel ganz nach unten runter, dreht euch dann nach links und dort solltet ihr es in der Ecke liegen. Das Ganze einfach auf einer Werkbank zusammenbauen, ausrüsten und dann habt ihr auch die Maxis Drohne. Wenn ihr die Maxis Drohne habt, dann müsst ihr in einen der Roboter gehen. Alle Roboter kommen jetzt immer zu dritt. Einer davon hat eine Öffnung. Das heißt, wenn alle drei Roboter auf einmal kommen, sind es insgesamt sechs Füße, auf der eine Öffnung sein könnte. Also sobald ihr die seht, schaut, dass ihr gleich auf die Füße sehen könnt, um zu sehen, in welchen Roboter ihr rein könnt. Je nachdem müsst ihr an die Stelle laufen, wo ihr dann den Roboter betreten könnt. Wenn ihr Koop spielt, geht einfach einen in den Roboter und der andere wartet unten. Wenn ihr dann den Roboter habt, in den ihr hineingehen könnt, seht ihr, dass dort drin jetzt ein großer Knopf ist. Betätigt diesen und sprecht euch auf jeden Fall mit eurem Koop-Partner ab. Denn wenn ihr den betätigt, muss euer Koop-Partner gleichzeitig hinten bei Stamina über den Zaun aus der Karte hinaus diesen Luftangriff werfen. Und zwar genau dort, wo ihr es jetzt bei mir seht. Dort werft ihr das hin und wenn dann euer Koop-Partner gleichzeitig den Knopf gedrückt hat, schießt der Roboter Raketen eben auf diese Stelle bei Stamina ab. Nun müsst ihr die Maxis-Drohne nehmen und sie dorthin drüber schweben lassen. Und dann wird es ein bisschen heavier, denn jetzt kommen ganz viele Panzersoldaten aus diesem Loch heraus. Am besten nimmt einer von euch eine gute Waffe, also am besten einen abgegradeten Stab, also einen Stab. Und der andere läuft wahrscheinlich mit dem letzten Zombie mal ganz weit weg. Und dann kommen da mehrere Panzersoldaten eben aus diesem Loch raus und ihr bringt die einfach alle um. Also es kommen acht, neun, ich weiß gar nicht wie viele, es kommen einige aus dem Loch rauf, spammt die und killt die einfach alle. Ja, wenn ihr das nun habt, dann braucht ihr Zombie-Blut. Zombie-Blut gibt es entweder anfangs in der Kiste, in Spawn, lasst es einfach liegen, oder ihr könnt euch Zombie-Blut machen, indem ihr diese drei brennenden Wegen mit dem Eisstab ausschießt. Also ihr müsstet ziemlich schnell sein, damit das funktioniert. Ihr könnt ihr auch aushauen, sobald ihr den Eisstab in der Hand habt, aber ihr müsst es schnell machen, sonst spawnt das Zombie-Blut nicht. Wenn ihr das richtig macht, dann spawnt ein Zombie-Blut oben bei Pack-Up-Hansch neben dem Automaten. Ansonsten wartet einfach, bis ihr von dem Zombie-Blut-Drop bekommt. Nun müsst ihr zwei Sachen im Zombie-Blut machen. Als erstes müsst ihr im Zombie-Blut in den Himmel gucken, denn dort seht ihr dann ein Flugzeug, das Geld umrandet, leuchtet. Schießt dieses ab. Sobald ihr das habt, habt ihr das Zombie-Flugzeug abgeschossen, aber der Pilot ist noch am Leben. Dieser Zombie-Pilot könnt ihr nur sehen, wenn ihr im Zombie-Blut seid. Der läuft nun um den Pack-Up-Hansch außen rundum. Und zwar macht ihr das Ganze gegen den Uhrzeigersinn, also holt euch Zombie-Blut, sucht ihn und schießt ihn ab. Wenn ihr ihn getötet habt, droppt dieser wieder eure Maxis-Drohne. Nehmt diese wieder auf und jetzt seid ihr schon fast mit dem Easter Egg fertig. Beim vorletzten Schritt müsst ihr nun nach Pack-Up-Hansch unten gehen, dort wo die vier Stäbe sind. Und zwar müsst ihr dort nur noch einmal mit eurem Handschuh Zombies boxen. Und zwar gibt es diese Templer-Zombies dort und manche von denen laufen dort auf euch zu mit weißem Rauch um sich rundum. Ihr müsst ihn nicht mal töten. Wenn ihr die einmal anhittet, dann ist der weiße Rauch weg. Und genau das müsst ihr machen, bis ihr irgendwann einen Stein droppen seht. Der Stein sieht genauso aus wie den Stein, den ihr halt reingewaschen habt und mit Zombies gefüllt habt. Also macht das, es dauert ein bisschen und wenn ihr dann euren Stein habt, dann nehmt den auf und ihr habt den geupgradeten Handschuh. Das muss auch jeder Spieler machen. Zum Beispiel das mit dem Airstrike muss nicht jeder Spieler machen, aber das mit dem upgradeten Handschuh müsst ihr alle machen. Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Step. Jetzt müsst ihr in den Crazy Place wieder zurückgehen. Und zwar müsst ihr jetzt alle Stäbe in die Vorrichtungen unten einsetzen. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr dort unten einfach Zombies töten. Ihr seht wieder, dass die Seelen in die Stäbe hineingehen. Macht das ein paar Minuten lang und irgendwann wird auf einmal euer Screen weiß. Und ihr hört bestimmte Geräusche. Und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Ihr seht dann, dass in der Mitte von dem Crazy Place sich wie so ein Lichtstrahl öffnet und oben ein Himmel ist. Und genau dort müsst ihr nun eure Maxis Drohne hingeben, also einfach die Maxis Drohne dort absetzen. Die fliegt dann oben hinaus und ihr habt das Easter Egg geschafft. Nun müsst ihr nur noch dort in die Mitte auf den Podest gehen und X4 Egg, whatever eure Aktionstaste ist, drücken, damit ihr auch das Easter Egg beendet und somit auch die Karte beendet. Ja, das war es eigentlich zu dem Easter Egg. Ich hoffe, der Guide hilft euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video und bis dann!